Um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Doch viele Eltern sind heute mit ihren Kindern allein. Ihnen fehlt der Austausch mit anderen und oftmals wissen sie nicht, wo sie Hilfe und Unterstützung erhalten können. Hier im Kinderschutzbund wird ein schönes Paket für junge Familien aufgelegt, das über Babymassagekurs, über das Café Storchennest, auch weiter in dem Café Mamma Mia, das ganze Entwicklungsspektrum der Kinder begleitet. Und das schätzen die Eltern hier sehr. Das Café Mamma Mia ist seit vielen Jahren der Treffpunkt für Eltern und Kinder in Heidenheim. Hier treffen sie Gleichgesinnte und finden Antworten auf ihre Fragen. Im freundlichen Kinderbereich können die Kleinen spielen oder basteln und knüpfen erste soziale Kontakte zu Gleichaltrigen. Währenddessen tauschen sich die Eltern untereinander beim Frühstück aus. Und oft gibt es interessante Infos zu Erziehungs- und Gesundheitsthemen. Eltern und Babys bis zu einem Jahr sind willkommen im Café Storchennest. Eine Hebamme und eine Kinderkrankenschwester kümmern sich abwechslend um Fragen wie Stillen, Beikost oder die Schlafgewohnheiten der Kleinen. Alle Fragen und Probleme können angesprochen werden und werden kompetent beantwortet. Aber vor allem lernt man neue Leute kennen. Man schaut, was gibt es sonst noch für Angebote im Kinderschutzbund, die einem im Laufe der Zeit, wenn die Kinder größer werden, noch begegnen können und die einem positiv auf den Weg begleiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017